Willkommen bei MartinsBushCraft. Heute will ich euch zeigen, was ich alles auf meine Paddeltour mitnehme. Als erstes den Plan, den ich mir gemacht habe, mit dem Reihenabschnitt, den ungefähren Kilometerangaben, die ich sozusagen pro Tag zurücklegen will oder vorhabe und so mal ein bisschen ausgerechnet, ob das überhaupt hinhaut oder nicht. Dann das Wichtigste, das Tarp, was mich vor Regen oder auch vor der Kälte ein bisschen schützen soll. Dann für den Reihen sehr, sehr wichtig eine Schwimmhilfe. Eine Schwimmweste ist es jetzt nicht. Den Hut für die Sonne. Hier mal die Haupthose, sage ich jetzt mal. Mein Bushcraft T-Shirt, kennt ihr ja bestimmt schon. Und verschiedene andere Klamotten natürlich. Noch ein Handtuch, die Flasche, der kleine Kochbecher, dann das Feuer Set, mit dem ich immer Feuer machen will. Hier normales Taschenmesser. Hier auch nochmal so ein Klappmesser. Und natürlich mein selbst gemachtes Bushcraft Messer. Verschiedene Seillängen, um das Tarp abzuspannen, das Kajak irgendwo festzubinden oder für irgendwelche nützlichen Sachen. Gewürze zum Kochen. Das Survival Kit, hatte ich euch schon mal vorgestellt. Dann zu essen, hier ein paar Nudeln und Grießbrei. Dann hier ein 10 Liter Wasserbeutel. Und ich werde mitnehmen die 10 Liter. Plus einmal die 750 Milliliter Flasche. Mal schauen, ob das reicht. Dann noch hier den Löffel, Fork, Gabel, alles drum und dran. Noch eine Schale. Dann hier der Holzvergaser. Habe ich ja auch schon mal ein Video darüber gemacht. Dann wichtig der Schlafsack. Die Isomatte. Die GoPro. Eine Taschenlampe. Und für die Stromversorgung, auch für die Kamera. Eine Powerbank. Und wenn die all sein sollte, habe ich hier noch ein Solarpanel. Um es wieder aufzuladen. Das sind sozusagen meine wenigen Sachen, die sozusagen mit sollen. Und mit denen ich mich sozusagen zurecht finden soll. Zu essen ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Nudeln. Einmal Kartoffelgulasch. Will ich sozusagen machen. Also nehme ich noch Kartoffel und Zwiebeln mit. Geld und Ausweis und alles drum und dran. Lasse ich hier zu Hause. Unterwegs sozusagen keine Zivilisation. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich mit den wenigen Dingen zurechtkomme. Und ihr könnt euch auch auf das Abenteuer freuen. Und die Saison ausgehen.